Als EU-EFTA-Angehörige, die länger als 90 Tage in der Schweiz arbeiten möchten, müssen Sie sich innerhalb von 14 Tagen persönlich bei Ihrer Wohngemeinde anmelden. Bringen Sie ein Reisedokument sowie Ihren Arbeitsvertrag oder eine Arbeitsbestätigung mit, aus welcher die wöchentliche Arbeitszeit und die Beschäftigungsdauer hervorgehen. Mit der Anmeldung stellen Sie einen Antrag für eine Bewilligung. Ab diesem Zeitpunkt oder ab dem Erhalt eines Termins für die Anmeldung dürfen Sie Ihre Arbeit aufnehmen. Haben Sie bei Ihrer Einreise noch keine Stelle, können Sie sich ohne Bewilligung während drei Monaten hier aufhalten. Nach Ablauf dieser drei Monate müssen Sie sich bei der Gemeinde anmelden und eine Bewilligung zur Stellensuche beantragen. Dafür müssen Sie genug Geld für Ihren Lebensunterhalt haben. Für Ihren Ausländerausweis müssen Sie bei uns ein Foto und Ihre Unterschrift erfassen. Den Termin dafür erhalten Sie zum Zeitpunkt der Anmeldung. Sobald wir Ihr Gesuch gut geheißen haben, wird Ihr Ausweis produziert und Ihnen direkt per Post zugestellt. Es ist deshalb wichtig, dass Sie Ihre Türklingel und den Briefkasten beschriften.